Ja, hallo! Zurück bei Alien Isolation! Ja, ich habe ein bisschen aufgegeben, weil... ...weiß ich mich in die Scheiße rein... ...weil ich nicht daran schuld sein möchte, dass wir den Speichelpunkt von vor einer halben Stunde verlieren. Ach, aber ich darf's dann, oder wie? Wir sitzen im Schrank fest und wissen nicht so recht, wo die blöde Schlüsselkarte ist und das Alien kam schon etwa gefühlte 50 Mal hier rein. Weil wir zu blöd waren, uns das zu merken. Und ich darf jetzt die Kacke ausbahnen. Der blinkt ein bisschen. Der blinkt gar nicht! Wo denn? Unten. Der blinkt immer! Was hab ich denn? Ah, der kommt raus, genau. Und dann erstmal wieder zurück in den Schrank. Die Löhne-Schrank kommt auch direkt. Ja, man verbringt diesem Spiel an sehr viel Zeit in Schränken. Sind auch sehr interessant. Ach, der blöde! Ich mach mal gleich weh, dann kannst du ihm in voller Mundhugung wundern. Ich traur mich nicht. Jetzt kommt er schon wieder hier. Der riecht das doch, dass wir hier sind. Ja, ich glaub auch. Geh raus! Piss dich! Ja? Er kommt doch gleich eh wieder rein. Meinst du, der dreht sich wieder um? Ja. Wir kommen hier nicht weg, ne? Das ist unglaublich! Das ist... Ich weiß nicht, ob man es schneller hätte machen müssen. Aber... Ich weiß nicht. Tschüss! Ja, ich sag... Das ist so ne... Sache, der kommt dann immer zweimal und der rennt jetzt da rum. Der weiß genau, dass wir hier drin sind. Irgendwann kommt er wahrscheinlich auf die Idee da rein zu gucken. Ich glaub bei normalen nicht, oder? Sei es nicht blöd. Weiß es nicht. Auf einmal so, Tür auf. Findest du das Vieh blöd, wenn es immer in den Raum kommt, wo wir sind? Ja. Ich find's richtig blöd. Wo ist jetzt hin? Das ist eine gute Idee. Ist jetzt eh dahinten. Da waren wir. Er müsste jetzt hinter mir sein. Ich hab zwar nichts fauchen gehört, nichts schreien gehört, aber... Ich behaupte jetzt einfach mal, er guckt nach, was das ist. Hoffentlich. Ist ja ein braves Alien, das macht so... 29 waren wir noch nicht, oder? Nö. Hol den Geräuschmacher, Alien! Och du... Da liegt doch wer. Was ist Erwin? Ich glaub hier war... Och du Gott. Du, da war das Alien glaub ich auch schon. Suche, das sieht schon mal gut aus. Ja. Ach, da kommt er auch so... Nee. Nee, nee. Gib ihm die Tür zu. Ich dachte schon, er kommt doch sofort. Aber der bewegt... Ach, guck mal! Aber rasend schnell! Das ist so über uns. Gibt's hier einen Schacht, wo er absteigt? Nee, nicht in den Räumen, glaub ich. Hab zumindest keinen gesehen. Wart mal, wenn wir jetzt hier durchs... das holen... Ich geh fast davon aus, dass das Teil da liegt. Ja, ich glaub das auch irgendwie. Müssen wir wieder alles zurück. Ich trau mich jetzt grad nicht hier raus. Wenn der hier wenigstens Speicher... Die ist ja irgendwo hoch, ne? Ja, hinter uns, über uns. Was? Ja. Ich müsste geradeaus weiter sein. Was ist das ich jetzt machen? Machen die Tür zu. Kann ich hier einfach kurz gucken, weißt du? Ja. Schlüsselkarte. Jaaaa! Nix drin. Kann ich hier doch neu machen? Wenn der jetzt reinkommt... Die ist ja irgendwo runtergetorkelt, ey. Haben wir noch mehr? Nein. Leuchtfackel. Die nützt nix. Die nützt auch nix. Also, warte. Wir müssen jetzt wieder rechts rum, ne? Rechts rum? Ja, ich geh davon aus, dass wir... Genau. Hier durch müssen. Weißt du? Ja, ja. Und dann so. Denk ich mir jetzt einfach mal. Aber... Er ist links. Jetzt ist die Frage, werf ich den Geräuschmacher nach links? Und geh dann rechts rum? Oder versuche ich es zuerst so weit wie möglich ohne Geräuschmacher zu kommen? Das ist schwer. Das wäre blöd, wenn du den in deine Richtung wirfst. So wie hoch? Ja. Er ist wieder hoch, ne? Boah, was macht der denn denn für Sprung? Ich glaube, er ist wieder runtergekommen. Oh, der guffelt hier vorne rum irgendwo. Wie er genau weiß, wo wir ungefähr sind. Weg. Siehst du ihn? Da. Der kommt hier weg rein, wa? Meinst du? Ja. Der ist über uns. Ach stimmt. Das war ziemlich genau über uns. Mann, verkrümmel dich doch. Geh wen anders ärgern. Gibt es ja nicht mehr viele Dinge, Leute. Soll ich raus? Ach komm. Nee, ich geh doch nicht. Oh, ekelhafte Stinkschuhe. Lecker! Ach komm. Oh mein Gott. Ich hab jetzt mal Yolo. Ohne Yolo kommst du in den Spr... Wer war hinter uns? Meinst du, ich komm noch einen Raum weiter? Finde ich? Ich kann's nicht mit ansehen. Ich geh da rein. Guck erstmal wo der ist. Das wäre witzig, wenn er in einem Raum stehen würde. Boah. Ich verpa... Kann ich ihn eigentlich hier sehen? Na da rum? Ist er so gerade eh nirgends? Ich glaube, irgendwo. Weil wenn er jetzt da drin ist und uns hier drüben sieht... Das wäre ja irgendwie doof, ne? Winke, winke. Gehst du? Jetzt ist das ein Tuch und du gehst da nicht rein oder wie oder was? Ich geh da rein. Er kommt nämlich gerade um die Ecke. Also warte mal. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal rum. Da ist ja diese Haupttür. Weil ich glaube nicht, dass wir zurück müssen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Da kann man nämlich auch noch ein paar Sachen machen. Mhm. Ist da ein Speicherpunkt? Wo? Soll das nicht ein Speicherpunkt sein? Da oben? Ja, das ist doch der, wo wir reinkamen. Ursprünglich. Oder nicht? Ja, ich glaube es. Ah, ja. So, der ist jetzt wieder über uns, ne? Was die für leer machen. Wo ist er denn genau? Ist mir zu nah. Links. Über uns. Oh. Wenn er mal ein bisschen weiter weg ist, gehe ich los. Ist jetzt wieder Rauten runtergekommen? Jetzt sieht man ihn nicht. Ich finde ihn ziemlich blöd. Da ist er. Direkt vorher, oder? Aber über uns. Ach so. Was ist das denn? Oh. Das ist ein Weiß. Ah, das ist ein Weiß. Ich trage mich das. Das ist das. Dieser Weiß. Oh. Ich trage mich. Ich trage mich mal drauf. Ich trage mich. Ich muss da hinten was anmachen. Ne, das müssen wir hin. Ach, fuck off. Da war noch was, was ich machen konnte. Oh, der da steht rum. Ich habe jetzt Luftreinigung ausgemacht, aber das nützt da irgendwie eh nichts. Ja, da ist er doch schon. Zum Glück bin ich da rein. Verpiss dich. Jetzt geht er raus. Der kommt gleich eh wieder. Und kommt wieder zurück. Zwar gleich sofort. Ich könnte jetzt auch rausnehmen und die Tür vor der Nase zu machen. Aber dann weiß er, dass wir da sind. Jetzt kommt er zurück. Läuft einmal durch den Raum. Alter, warum kommst du so blöde nah? Oh, oh. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das ist sehr schlecht. Ja. Ich glaube... Luft anhalten. Oh Mann. Kann das sein, dass wir zu viel Zeit verbraucht haben oder so? Oder ist das einfach nur in letzter Stufe... Hoffentlich hat er das nicht gehört. Weil wir die Schlüsselkarte haben. Nee, ich glaube, der wird nur langsam misstrauisch, wo wir sind. Ich hab grad echt die Luft angehalten. Ja, der stand da ja auch auf einmal, ne? Ja, der hat ja reingeguckt. Der hat hier durchgeguckt mit seiner Fresse. Hätte ich weh gedrückt? Nee, der hat hier nicht. Sie hat ja so gemacht. Ich treffe jetzt nicht mehr raus. So viel zum Thema. Auf dem Schrank ist man sicher, ne? Ja, auch nicht vor... Aber, ne? Mami! Nee! Wo ist er eigentlich? Der latscht da noch rum. Der kommt doch bestimmt... Wenn er denkt, der guckt jetzt jedes Mal da rein. Wecken! Bis... Ich ist verkack. Deswegen würde ich da auch gleich mal irgendwann raus. Aber... Oh Gott. Was ist denn noch ein Raum? Da war noch ein Raum. Wie geht das? Ah, guck mal. Ich hab den Alarm da drüben angemacht. In den Blutkamm geht er da gucken. Alarm? Mhm. Geil. Wie viel ischliös. Minigames! Nee, Schlüsselkarte. Achso. Schlüsselkarte. Fick dich. Fick dich. Eigentlich... Was eigentlich? Willst du doch gleich in den Speicherpunkt kommen, oder? Eigentlich kann mich das viel langsam... Da, wo ich am schönsten bin. Ich bin wieder da. Weißt du was? Ich speichere jetzt zuerst, bevor ich irgendwas anderes mache. Ja. Das wollte ich doch mal malen. Alter Falter. Wir haben... Ich hab da drei Stunden bei meinem einsamen Durchlauf gemacht. Drei Stunden an der Stelle. Wir haben gespeichert. Also jetzt darfst du uns ruhig erwischen. Verdammt, Coleman. Sie wussten, dass dieses Ding hier ist. Das ist unfair. Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode. 1702. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen. Natürlich. Natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Ja, dann mach mal. Ach, ein Blödi. Mit der Therio? Das ist doch wahr! Ey! Zum Glück hat er die Schnauze gehalten in der Zeit, wo das wieder war. Ah, das ist er. Boah, bewegt dich noch langsamer, Junge Kim. Der hat's noch. Hat ja Zeit. Hi! Mit der Schlüsselkarte. Dann können wir los. Sammel deine Sachen, ey. Und wir? Wo müssen wir hin? Wo geht der jetzt eigentlich mit der Zerwimper? Guckt der so? Ah! Ja, ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir fast gedacht. Oh Gott. Ich bin Aufzug. Boah, ich gehe da jetzt. Rennst du? Nicht, wenn nicht. Ich lauf nur. Oh Gott. Oh. Mein Held. Das ist doch nicht wahr. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das mit dem Atem anhalten mag ich nicht. Das kann man ganz einfach verkacken. Der war auch schon bei mir weg. Da hab ich zu früh losgelassen. Und dann kam er zurück und hat mich rausgeholt. Oh Gott. Ah. Oh Gott.